Fangen an, selber zu recherchieren, was du mir selber herauskriegst. Das sind Einstiegspunkte von Webseiten, wo seriöse Journalisten ihre Arbeit tun und wo die Menschen nicht mit irgendwelchen Bildern zugemüllt und zugelohnt werden, sondern wo es um Fakten und Recherche und der Wahrheit geht. Hab den Mut, selber herauszufinden, was hier los ist und dann wirst du auch wissen, wo du das Kreuzchen am 13. Juni machen musst. Fang an, selber zu recherchieren. Versuche selber herauszufinden, was hier eigentlich los ist.